Hallo, freut mich, dass du mich bei meinen Abenteuern in SnowRunner begleitest. Ja, hier am Stahlträger liefern, nehme ich dich mit zum kaputten, zum Umspannwerk. Also wir müssen das kaputte Kraftwerk mal reparieren, damit wir die Werkstatt freischalten. In der letzten Folge bin ich hier hochgefahren mit unserem Voron hier. Und habe jetzt einmal Stahlträger dabei. Und ich habe keinen Anhänger mitgenommen, weil ich sagte, ich kenne den Weg nicht. Da fahre ich lieber zweimal. Darauf wird es auch hinauslaufen, weil ich kann nämlich keinen zweiten Stahlträger obendrauf packen. Da gibt es nämlich keine Verladestation, wo ich mit dem Kran laden kann. Zumindest habe ich keine gesehen. Ich habe extra geschaut. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind. Und ich bin irgendwo hinterm Zaun versteckt, aber nun gut. Was muss, das muss. Dann fahre ich halt zweimal da hin. Dieser Weg hat sich schon in leerem Zustand als kleine Herausforderung erwiesen. Dann schaue ich mal, ist denn jetzt schwer beladen? So klappt nicht wirklich gut. Kann ich mich... Naja, ich weiß nicht. Ich sehe nicht, was für ein Baum das ist. Okay, ich habe sogar einen erwischt, der stehen bleibt. An dem wir uns wirklich voranziehen können. Na, na, na. Aber so will ich mich nicht hinziehen. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Dann machen wir das mal so. Ziehen hier ein bisschen. Und halten uns auch noch natürlich fest. Weil in letzter Zeit, wenn ihr meine Videos so folgt, habe ich es wieder mit Trucks umwerfen. Zeitlang war das mal ja... Ähm... Ja, ich bin schon richtig... Ja, eine Zeit lang lief es mal richtig gut, ohne Trucks umschmeißen und so. Inzwischen hat sich das wieder... Das Blatt hat sich wieder gewendet, sozusagen. Auch so viel Schwung wollte ich da jetzt aber nicht eigentlich. Oh. Ja, ich sehe schon. Warum bindet er sich immer da an? Kannst du auch mal hinten... Vielleicht. So, zieh ein bisschen mit. Also, dass hier tiefe Löcher jetzt mit der Schnauze da reinkippt. Jetzt ist es hier eine Fahrerei. Das dachte ich mir. Wie gesagt, äh... Es war schon schwer genug leer, hier hochzukommen. Aber jetzt noch, ähm... Mitladung. Ne, das war doch komplett falsch. Ich wollte rückwärts. Aber zieh mich ein bisschen... Jetzt hebst du an diesem Baum. Oh Mann. Also, die Mandra macht mich echt, äh... Fertig. Und zwar mal richtig. Also, der Koftsee, der war ja da dagegen hier, äh... Gegen das hier ein Kinderspiel. Zieh ihn halt einfach da rum. Das gibt's doch nicht. Na, also. Na. Okay. Puh. Bin ich echt hier hingefahren? Ja, das ist, glaube ich, der einzigste Weg, den ich bis jetzt da hochgefahren bin. Der ist so heftig. Naja, gut. Da waren wir auch leer und hatten nicht das Gewicht auf der Pritsche. Da hast du ja den Kipppunkt nochmal erhöht. So, okay. Da sind wir... Endlich unten angekommen, wollte ich sagen. Stecken hier im Schlamm fest. Oh. Egal. Irgendwie wird's schon durchgehen. Der Bohren wird das schon reißen. Und ich weiß immer noch nicht, wo man hier am besten drüber fährt. Ich will diesen Sonar aus Expeditions haben hier. Aber ich schätze einfach mal hier über die Steine. Also über diese Felsen im Wasser. Wenn ich dran denke, dass ich da jetzt echt nochmal hoch muss, nochmal Stahlträger holen muss. Dann wird mir schon ein bisschen mulmig. Okay, das müsste gehen. So, sehe ich hier irgendwo einen Grund. Ja, hier. Dann machen wir das auch so. Gehst du weg, du blöder Baum. Mit dem Vorderrad kann ich drüber fahren. Mit dem Hinterrad nicht mehr. Was ist denn das? So, jetzt aber. Da will ich hoch. Nicht da rüber. Okay. Mit dem kleinen Sumpf hier sind wir auch gekommen. Hoch. Erstmal wieder gerade hinsetzen. Jetzt müssen wir nur noch mal zu diesem Umspannwerk kommen. So, ich habe noch 105 Liter Sprit. Ich könnte hier nachtanken. Oder ich tanke hier nach. Ey. Bis hier sollte ich eigentlich kommen, oder? Ansonsten steht der Ford da. Dann muss ich mit dem halt zum Woron hinfahren. Aber ich denke, zu dem Tankanhänger sollten wir doch kommen. Okay. Ich sink auf beiden Seiten ein. Oh, nicht vergessen. Hier ist ein Strommasten. Dann benutzen wir den auch. Steht ja nicht umsonst da. Wenigstens hin und wieder geben sie uns hier eine kleine Hilfe. Auch wenn es gar nichts bringt. Wie habe ich mich jetzt hier wieder festgekeilt? Aha. Puh. Ho, ho. Ich sehe schon, nur mal kurz mit, äh, zu dem Umspannwerk fahren ist hier nicht. So, jetzt vielleicht. Diesen blöden Felsen. Ähm. Moment. Wird es auch von da hinten reichen? Ja, vielleicht. Wenn ich an den Windenpunkt rankomme. So, dann zieht es den Arsch ein bisschen nach rechts und die Schnauze geht nach links rüber. Na also. Ha. So. So. So, die Felsen müssen wir jetzt so schaffen. Puh. Puh. So, da vorne sehe ich die Werkstatt. Da steht der Tankanhänger. Das sollten wir hinbekommen. Nein, nein, nein. Nicht zu weit darüber. Puh. Endlich hier ein einigermaßen, äh, brauchbarer Weg. So, hier müssen wir, ne, Moment, wo ist die Werkstatt? Nicht, dass ich da noch dran vorbeikessel. Das ist ja auch doof. Ah, da noch ein Stück vorne, okay. So, die Mission haben wir schon. So, allerdings weiß ich da vorne noch gar nicht, wie es weitergeht, wie es zu dem Umspannwerk überhaupt gehen soll. Da müssen wir ja dann auch mit unserem, in jeder Folge erwähne ich das mit unserem Holztransport hin, der noch ganz am Anfang der Karte steht. Immer noch. So wie ich es im Gefühl habe, wird der da auch noch eine Weile stehen bleiben. Weil ich habe den so, ja. Ich bin ja so fröhlich im Kofftsee drauf losgefahren. Mit zwei Trucks im Konvoi und dachte, ja, da kann man kurz rüberfahren. Fährt zwei, drei Straßen entlang und ist da am Umbannwerk. Nein, nein, weit gefehlt habe ich da. Ja, so, schön voll tanken. Oh, ja. Und dann mein unbekanntes Gebiet. Vielleicht hole ich den Ford dann auch noch hinterher. Weil dahinten müssen wir auch noch ein bisschen aufdecken. Aber ich glaube im Moment, der hat kein Radar drin. Ich glaube, in den kann man keins einbauen. Ein Wendekreis wie ein großer, ne? So, dann werden wir mal schauen, wie es da weitergeht. Also ich bleibe jetzt erstmal hier auf diesem, auf der Karte eingezeichneten Weg. Auch wenn es hier keine Wege gibt, die man als Weg bezeichnen sollte. Also ich, weiß nicht, ich fahre in den Löchern am besten. Auch wenn es schlammiger ist. Aber wenn ich auf einer Seite auch einen festgefahrenen Schnee fahre und mit der anderen Seite in das Loch reinkippe, ist das nicht gut. Gar nicht gut. Deshalb lieber gleich durchs Schlammloch durch. Irgendwie wird es dann schon gehen. So, hier habe ich meine Markierung aufgehört. Weil hier oben ist das Umspannwerk. Hier geht irgendwie... Hier geht es rüber. Wie soll ich denn da hinkommen? Hier geht es ja... Also ich kann hier nicht erkennen, dass man hier irgendwie fahren könnte. Hier durch den Wald wahrscheinlich auch nicht, weil die Bäume wieder zu dicht sind. Keine Ahnung. Ich fahre einfach mal den Weg hier weiter. Und schaue mal, ob es da irgendwie lang geht. Ja, ich hätte erst auch mit dem Ford oder mit dem Jahr weiter alles aufklären können. Aber ich will jetzt wenigstens mal irgendwas hier mal auch mal fertig kriegen. Also die Aufklärerei, die zieht sich ja schon ewig jetzt. Also eventuell kläre ich mal den Rest der Karte ohne euch auf. Dass ich hier mal mit den Missionen und Aufgaben vorankomme. So, es sieht aus, wie wenn sie da einen Weg gebastelt hätten. Zumindest ein Stück weit. Sieht es nach Weg aus. Mal sehen, wie lange das anhält. Also ich habe da nicht viel Hoffnung, dass der Weg hier lange weitergehen wird. So, eine Abzweigung. Ja, ein Radar wäre echt gut. Also wir müssen da rüber. Hier sieht es nach gefrorenem Wasser aus. Also da wir da rüber müssen, biegen wir einfach mal rechts ab. Ich glaube, das zieht sich eh noch. Da muss ich, glaube ich, eh den Ford herholen. Zum Nachtanken. So, was ist das? Zugefrorenes Sumpfgebiet oder Marschland oder sowas? Naja, solange wir langsam aber stetig vorankommen, habe ich keine Bedenken. So, jetzt ist die Frage. Ist es besser, da drüben fahren oder auf diesem Weg, den sie uns da hingestellt haben, weil ich nämlich nicht glaube, dass es auf dem Weg weitergeht. Oh, okay. Hier geht es gar nicht weiter. Andere Seite vielleicht? Naja, die Option ist noch offen, also fahren wir auf die andere Seite und probieren es da. Weder da noch da, gut. Hier legen sie schon wieder Baumstümpfe hin. Das habe ich mir gedacht. Das wird wieder so schräg werden. Das ist ja schon wieder hier. Ja, wir sinken hier ganz schön ein. Na gut, die Felsen, da fahre ich nicht. Ich glaube, geht weder links noch rechts besser. Also rechts im Schlamm ging es ja irgendwie gar nicht. Da vorne zumindest. Hier links. Es schenkt sich absolut gar nichts hier. Ja, dann kann ich gleich in der Mitte bleiben. Dann kann ich auch gleich hier in der Mitte bleiben. So, da scheint es wieder ein bisschen fester zu werden. So, ein bisschen Sprit im Auge behalten. Nicht, dass ich wieder da stehe mit dem leeren Tank. Wenn das bei Season 12 mit dem Mech passiert ist. So, okay. Also ich... Ah, hier ist Stärke 5. Das bedeutet, ähm, das war... Da sollen wir Kraftstoff hinbringen. Da ist ein Erdrutsch. Also da kommen wir wahrscheinlich eh nicht durch. Wo gibt es einen Kraftstoff? Hier am Lagerhaus. Hm. Hätte ich vielleicht zuerst mal Kraftstoff mitnehmen sollen. Hier brauchen wir zwei. Naja, allerdings... Ich könnte es ja auch hier versuchen. Das Umspannwerk ist hier. Oder das, äh, ja, Umspannwerk. Gute Frage. Nächste Frage. Ich meine, hier sieht es gar nicht so schlecht aus. Wenn der See gefroren ist, dann könnten wir da schön über den See fahren. Dann probiere ich das mal. Dann fahren wir hier mal rüber. Zur Not muss ich noch mal ein Stück zurückfahren halt. Wenn es hier nicht weiter geht. Ja, 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 ja. Ja, das ist das, was ich meine. Die zeichnen hier einen Weg ein. Auf dieser Satellitenkarte. Hier ist kein Weg. Oh, hier ist ein Weg. Hier ist reines Trümmerfeld und sonst gar nichts. Das ist, äh, okay. Ja, das macht so ein bisschen einen Bogen. Da ist doch ein Weg, okay. Habe ich mich mal wieder verschaut. Äh, für mich ist das, ja. Kann man da übers Eis fahren? Es sieht zumindest so aus, ne? Probier das jetzt einfach. Darunter fahren. Ne, ich fahre hier durch. Hier ist eine kleine Lücke. Da könnte man durchpassen. Den ranken, schlanken Wohron. Ich hoffe, dass man hier nicht gleich ins Eis einbricht. Weil die weißen Flecken sind, glaube ich, immer verdächtig. Langsam vortasten. Okay, das sieht gut aus. Also hier darf ich nicht fahren. Ist das da in der Mitte, diese aufgeraute Fläche? Das weiß ich inzwischen. Habe ich inzwischen rausgefunden. Da kann man nicht fahren. Aber hier können wir fahren. Das geht sogar besser, als ich dachte hier. Zumindest noch. Noch geht es sehr gut. Hier machen wir einen kleinen Schlenker. Okay, eine kaputte Brücke. Wüsste ich aber jetzt nicht, ob es da eine Mission gibt. Ja, das wäre dieser komische Weg gewesen. So. Geht es da drüben rüber? Moment mal. Hier müsste es doch eigentlich rüber gehen. Ansonsten. Ja, wie soll ich denn hier? Hey, kommt man nie hin. Also nicht von dieser Seite, oder? An der anderen Seite. Genauso schlecht. Okay, der Hauptweg führt hier mit dem... bei diesem Erdrutsch vorbei. So, ich fahre jetzt nochmal zurück und fahre hier rum. Und hoffe, ich komme hier dann irgendwo hoch. Ansonsten hier. Na ja, gucken wir bei der Brücke da drüben. Ja. Auf der rechten Seite soll es hochgehen. Da müsste ich auch vor der Brücke vorbeikommen. Gut. Dann werde ich mal versuchen, da langzufahren. Okay, da geht es zumindest nicht lang. Bedeutet, wir müssen hier über diese Eisschollen drüber. Genau. Die sind nämlich soweit stabil. Also, die brechen nicht unter einem weg. Oh. Oh oh. Hier könnte es ja dann doch noch... Ja, genau. Das meinte ich. Fahren wir schön hier drüben am Rand. Okay, das passt. Dann haben wir den ersten Stahlträger. Oder die ersten Stahlträger ja tatsächlich schon am Umspannwerk. Schon. Ich daran denke, dass ich da nochmal mit muss. Aber ich glaube, dann nehme ich den Kraftstoff mit. Puh. Das hat mal geklappt. Und da steht auch noch ein Tankanhänger. Sehr gut. Dann kann ich den Wohron wieder vollladen. Äh. Vollladen. Volltanken. So, die Frage ist... Ich habe jetzt da irgendwie kein Truck stehen. Mit Pritsche. Das bedeutet, ich muss mit dem Wohron komplett zurückfahren. Ja, die mittelgroßen Stämme, die stehen am Eingang der Karte. Hm. Na, Moment. Einen Rückpassgang brauche ich natürlich zum Zurückfahren. Stahlträger. Kann ich auch hier irgendwie entlang? Ne, aber ob man hier irgendwo durch den Wald kommt, absolut keine Ahnung. Weil, wie komme ich dann hier auf die andere Seite? Die einzigste Möglichkeit für mich, wie ich sehe, die ich erkennen kann, ist hier. Aber hier über die Felsen drüber. Puh. Und dann hier durch diese Schlucht. Darüber. Äh. Ich bin ja immer für kurze Wege, aber ich glaube, den lasse ich diesmal aus. Da fahre ich lieber wieder hier zurück. Das ist schon schwierig genug. Das ist schon schwierig genug. Ähm. Ja. Ja. So, erst mal voll tanken. Nicht, mein Gott, nicht immer alles anfahren. Einfach nur tanken. So, zumindest habe ich mal das Umspannwerk gefunden. Das ist ja auch schon mal was. Und ein Weg dahin. So, den Woro lasse ich hier mal stehen. Ähm. Und den fahre ich alleine zurück. Und die Tour beladen. Äh. Machen wir dann wieder zusammen. Ich könnte noch. Was ist denn hier? Hier ist der Jahr. Der Scout Tank Auflieger. Hier unten weiß ich gar nicht. So viel gibt es da nicht mehr. Ah ja. Hier ist noch der kleine Tutz 166. Mit dem bin ich auch hier rumgeeiert. Dann springe ich noch kurz in Jahr. Und, ähm. Verlorener Anhänger. Verlorener Anhänger. Und fahre mal hier runter noch. Und kläre hier noch, ähm. Den Weg auf. Neuer Teich. Ist die Mission noch irgendwo? Hier oben. Ja. Ich fahre erstmal da runter. Der hat ja ein kleines Radar drin. Mein Modradar. Wieso habe ich den nicht aufgetankt? Moment. Habe ich die Aufgabe angenommen? Ähm. Ja. Habe ich. So. Da gibt es ein bisschen Holz. So. Einmal nachgetankt. Habe ich noch was zum Nachtanken? Nein. So. Markierung ist da drüben. Geh mal weg, kleiner Anhänger. Ich lasse den mal da stehen. Sorry. Ich lasse den Tankanhänger mal da stehen. Weil ich weiß nicht, ob ich den, ähm, da hinten irgendwo brauche. Zumindest ist er dann hier auf dem Weg. Dann kann ich ihn mit dem Jahr dann immer noch irgendwo dementsprechend hinziehen. So. Bergab soll es wieder gehen. Nur nicht zu schnell machen. Hier haben sie uns wieder so einen schönen Tiefschnee mit Löchern hingelegt. Und das Seite fahren bringt hier, glaube ich, auch nichts. Und da steckt man genauso im Tiefschnee drin. Hm. Ja. Ich glaube, so geht es gemütlicher voran. Dann drehen die Räder nicht ganz so durch. Und es schaukelt nicht ganz so schlimm. Wenn wir Angst haben, dass man umkippt. Denn ja, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal umgeschmissen. Obwohl ja eigentlich, ja, ist zwar recht hoch, aber eigentlich auch recht stabil. So, verlorene Anhänger. Okay. Verlorene Anhänger. Was muss man denn da machen? Weil das liegt ja hier schon irgendwie halb auf dem Weg. Wo ist er denn da? Ich habe einen neuen Anhänger bestellt, um ein paar Bienenstöcke zu transportieren. Aber er ist im Weg hierher stecken geblieben. Kannst du ihn herausziehen? Es ist nicht weit weg. Ja, das nicht weit weg ist, sehe ich. Aber einen neuen Anhänger. Wo soll denn der herkommen? Hm? Ist hier irgendwo so ein Einsiedler, der da einen Anhänger zusammen klöppelt oder was? So, manchmal Scout-Pritschenwagen. Okay. Ich mache mal, ich nehme das mal an. So, soll ich mal hier? Ne, ich fahre noch ein bisschen. Ich fahre zumindest mal bis hier. Wir können auch den Anhänger kurz holen. Ist ja wurscht. Kann auch da hinten dann erstmal aufdecken. Wie gesagt, einen Tankanhänger, einen kleinen haben wir ja da. So, dann biegen wir hier ab. Decken hier kurz mal auf. Der Biet wurde gescannt, das ist schön. So, hier scheint gar nichts zu sein. Keine Mission, nix. Das ist nur ein... Verlassenes Dorf. Zerfallenes Dorf. Und da ist der Anhänger. Und er soll dann... Hier hin. Okay. Ist wirklich nicht weit. Die Frage ist... Fahre ich wirklich hier lang? Ich fahre da lang, da zurück und irgendwie im Kreis rum halt. Das wird schon klappen. Oder auch nicht. Sehen wir dann. So, späten Nachmittag. Dann machen wir mal... Naja, komm. Mach gleich wieder Nachmittag. Dann sehe ich was. Und du natürlich auch. So, ja, das habe ich mir gedacht. Dass das hier wieder so ein Spezialweg ist. Aber hier viel andere Möglichkeiten wird es da wohl auch nicht geben, da hinzukommen. Außer natürlich den einen Weg. Mit dieser... Wo man ins verlassene Dorf da rüberfährt. Wie wir gerade gesehen haben. Aber wie gesagt, ansonsten... Da durch den Wald oder so. Hier hat man nicht viel Auswahl irgendwie. Entweder sind irgendwelche Felsen im Weg. Oder Bäume im Weg. Oder solche... Sag schon, so Felsenfelder. Oder wie man das nennen mag. Also bis jetzt muss ich sagen, äh... Das ist diese Simandra. Ist ja mein stärkster Widersacher. Also so schlimm war ja nicht mal der Don. Gut, da habe ich oft die Trucks rumgeschmissen. Und der war schon auch schlimm. Aber so wie hier. Da hat man wenigstens Wege gehabt, wo man fahren konnte und so weiter. Da konnte man auch dann ein bisschen so... Durchs Gemüse fahren und so. Da hat sich dann hin und wieder mal ein Weg aufgetan. Aber hier... Hier ist ja... Wo soll man hier sonst fahren? Hier gibt es nichts. Hier kann man sich nicht zwischen den Bäumen durchmogeln. Und über diese Felsen hier drüber kraxeln. Also hier muss man praktisch teilweise die... Also ich muss hier eigentlich diesen Weg fahren. Und es gibt eigentlich keine anderen. Außer denen natürlich die andere Seite hoch. Was vielleicht einfacher gewesen wäre. So, jetzt steht er natürlich so rum. Das war klar. So, dann wollen wir denen mal... Mein Gott. Schaden anzeigen. Das blöde Fenster können sie auch weglassen. Oder woanders hin basteln. So, das sollte passen. Eigentlich so. Naja, das geht schon. Hier im Spiel geht das schon. Okay. Ja, genauso hier. Das einfacher gewesen wäre hier hoch. Ich weiß nicht. Ich fahre jetzt einfach hier runter. Schön im kleinen Gang. Schön entlang rollen. Nicht zu stark bremsen. Nicht, dass ich hier einen kleinen Purzelbaum mache. So, unten angekommen. Bin ich zumindest mal. Ich glaube, ohne Schneeketten kommt man da gar nicht hoch, oder? Auf dem gefrorenen Felsen. Wenn es überhaupt da irgendwie hoch geht. Was ist das hier? Oh, das ist wieder irgend so ein... So ein Erkundungspunkt. Gut, ich habe da, glaube ich, inzwischen ein oder zwei mit angefahren. Ich weiß nicht, welche Mission das ist, aber ich nehme das mit. So, wenn ich hier bin. Nicht vergessen. Okay, hier gibt es weiter nichts. Dann fahren wir hier den Anhänger abgeben. So, beim Rückwärtsfahren muss ich immer kurz überlegen, wie ich jetzt einschlagen muss. Meistens schlage ich zuerst in die falsche Richtung ein, aber... Bei diesen normalen Anhängern geht das ja. Und bei den Aufliegern. So, können wir hier ein bisschen mehr Gas geben? Ich will hier, glaube ich, nach rechts, oder? Nein, wir können nicht mehr Gas geben. Dachte, ich hätte gerade Geräusche gehört, aber hier wohnt doch gar niemand mehr, oder? Verlass das Militärlager, oder was soll das sein mit den Wachtürmen? So ein Gefangenenlager. So, also wenn es so weitergeht, dann hat das ja mit dem Anhänger gut geklappt. Ich möchte nicht in dieses Loch da unten fahren. Oder fallen. Fahren und fallen. Lieber ein bisschen durch den Tiefschnee quälen. Das hier auf Imandra ist alles ein bisschen eine Quälerei. Für mich hier zumindest. Also wie gesagt, das ist bis jetzt definitiv meine größte Herausforderung, diese Karte hier. Da ist die erste Karte von Halbinsel Cola, der Koftsee. Das ist ja einfach easy. Im Gegensatz zu dem hier. So, nimm dein Ding, wo wohnst du eigentlich? Also das ist ein Greteschuppen und das ist ein Toilettenhäuschen. Naja, die armen Bienen, ich glaube, die sind eh schon eingefroren. Da wird eh nichts mehr sein, wenn man da noch einen Anhänger braucht. So, zumindest haben wir hier alles aufgeklärt. Das ist schon mal gut. Schwimmende Stube. Habe ich das schon angenommen? Ja, habe ich. Eiscamp. Wohncontainer. Aha, okay. Den Wohncontainer soll man da hinschleppen. So, na gut. Ich muss nur noch kurz gucken, habe ich hier noch irgendeinen? Der Arzow. Ja, der steht da mit dem Holz. Der steht mit dem Holz. Da habe ich noch den Kolob. Mit dem Drei-Slot-Auflieger. Tutz-Wartok. Achso, ja. Den müssten wir mal noch reparieren. Den Tartarin, der steht noch da. Also ich habe wirklich keinen Truck mit Pritsche. Außer dem Boron. Nein, ich wollte nicht starten. Das bedeutet, ich müsste mal noch einen Truck vom Kofftsee her fahren. Ich meine, das geht eigentlich recht flott. Nur, also es geht flotter von der Werkstatt vom Kofftsee hier her. Wie den Weg dann hier rüber, wo man den Truck dann wirklich braucht. Hier unten, naja, weiß ich nicht. Da, gut, hier gibt es ein paar Nebenmissionen. Hier. Ja, aber hier überhaupt rüberkommen und dann hier hochfahren. Das ist schon eine Katastrophe. Die ganze Map hier ist eine Katastrophe. Na gut. Ich würde sagen, ich fahre mit dem Boron zurück zum Stahlträgerladen und nehme diesmal dann einen Anhänger mit und den Kraftstoff auch gleich. Und das machen wir dann zusammen beim nächsten Mal. Danke, dass du dabei warst. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.